Wenn du dich in Deutschland selbstständig machst, dann gibt es eine ganz zentrale Frage, die musst du ganz am Anfang einmal für dich beantworten. Und zwar die Frage, ob deine Tätigkeit eine freiberufliche Tätigkeit ist oder ob es eine gewerbliche Tätigkeit ist. Das große Problem bei dieser Frage ist, dass dir dabei niemand so wirklich weiterhelfen kann. Also weder das Finanzamt berät dich dazu aktiv, noch das Gewerbeamt. Das heißt, es ist ein Thema, mit dem du dich selbst als erstes einmal beschäftigen musst. Ich möchte diese ganze Fragestellung hier an dieser Stelle gar nicht aufmachen. Ich habe dazu ein separates Video aufgenommen, das verlinke ich dir einmal oben rechts. Schau da unbedingt einmal vorbei, wenn du dich mit dieser Frage noch gar nicht beschäftigt hast. Hier an dieser Stelle setzen wir einfach einmal voraus, dass du weißt, dass deine Tätigkeit eine freiberufliche Tätigkeit ist. Und wir wollen jetzt die Anmeldung deiner freiberuflichen Tätigkeit einmal Schritt für Schritt gemeinsam durchsprechen, indem ich dich auch mit auf meinen Bildschirm nehme. Denn wenn du Freiberufler bist, dann, sagt der Name eigentlich schon, meldest du kein Gewerbe an, weil du als Freiberufler ja keinen Gewerbeschein hast und brauchst. Dein erster und ehrlicherweise in vielen Fällen auch der einzige Schritt, um deine Selbstständigkeit als Freiberufler anzumelden, ist die Registrierung beim Finanzamt. Und die Registrierung beim Finanzamt geschieht durch den sogenannten Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Das heißt, es gibt ein Formular, das füllst du aus, schickst es an das Finanzamt und als Antwort bekommst du eine Steuernummer. Und diese Steuernummer schreibst du dann auf deine Rechnungen für deine Freiberuflichkeit. Und diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, den füllst du am besten bei Elster Online aus. Elster Online ist ja die Webseite des Finanzamtes. Elster steht übrigens für elektronische Steuererklärung. Es geht nicht um den Vogel. Und da das die Webseite des Finanzamtes ist, kostet das Ganze auch nichts. Leider ist die ganze Seite von Elster auch wirklich nicht nutzerfreundlich. Und ja, die ganzen Texte sind so typisch Finanzamt. Und deswegen tun sich viele Gründer mit diesem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ja vollkommen zu Recht schwer. Und deswegen dachte ich mir, wir machen das Ganze jetzt einfach mal gemeinsam, Schritt für Schritt. Und dafür nehme ich dich genau jetzt einmal mit auf meinem Bildschirm. Wir befinden uns jetzt auf der Startseite des Finanzamtes, also bei elster.de. Und du brauchst für deine Selbstständigkeit auf jeden Fall einen Elster Online Zugang. Eine ganz häufige Frage, die ich in diesem Zusammenhang übrigens bekomme, ist, ob du denn jetzt noch einen zweiten, separaten Elster Online Zugang brauchst, wenn du dich jetzt selbstständig machst. Vielleicht hast du ja schon einen Elster Online Zugang oder teilst dir einen mit deinem Ehepartner. Und da habt ihr die Steuerklasse gewechselt, die private Einkommenssteuererklärung gemacht und so weiter. Und diesen, ja, privaten Account, den kannst du jetzt auch für deine Selbstständigkeit benutzen. Das heißt, du musst jetzt hier an dieser Stelle für Elster jetzt keine Trennung machen zwischen deinem Privatbereich und, ja, deiner Selbstständigkeit. Da würde ich dir empfehlen, nutz einfach diesen einen Account. Und der große Vorteil ist, du musst jetzt dich nicht aufwendig bei Elster Online registrieren. Das musst du nämlich machen, wenn du bisher noch keinen Account hast. Und das dauert auch ein paar Tage, weil dir das Finanzamt tatsächlich, ja, in dem Registrierungsprozess einen Brief schickt. Und erst danach hast du den vollen Zugang auf alle Funktionalitäten von Elster Online. Die gute Nachricht ist aber für dich als Gründer, als freiberuflicher Gründer, du kannst dich tatsächlich jetzt im ersten Schritt auch einfach mit E-Mail und Passwort bei Elster Online einloggen. Dann kann dein Elster Online Account noch nahezu gar nichts, aber den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, also die steuerliche Registrierung, die kannst du tatsächlich ausfüllen. Das heißt, die aufwendige, vollständige Registrierung bei Elster Online, die solltest du auf jeden Fall vornehmen. Das Ganze ist jetzt aber kein Blocker, um den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung auszufüllen. Und hier an dieser Stelle auch nochmal ein Hinweis, du findest unten in der Videobeschreibung wirklich eine ganze Reihe an weiteren Videos rund um die ganzen Themen, die wir heute ansprechen. Ich kann natürlich nicht jeden einzelnen Punkt ausführlich in 5 bis 10 Minuten erklären, dann wäre dieses Video einfach 20 Stunden lang wahrscheinlich und das meiste wäre für dich auch nicht relevant. Deswegen habe ich mir überlegt, ich verlinke einfach alle tiefer gehenden Videos unten in der Videobeschreibung. Ich würde dir aber dringend empfehlen, dass du da einmal vorbeischaust. Was du da zum Beispiel auch findest, ist eine genaue Anleitung, wie du dich denn bei Elster Online registrieren kannst. Und mit diesen Worten melde ich mich einfach mal selbst bei Elster Online mit meiner Zertifikatsdatei an. Nach der Anmeldung kommst du so auf dieses Dashboard und für uns spannend ist hier auf der linken Seite der Bereich Formulare und Leistungen. Denn unter Formulare finden wir auch den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Dafür klicken wir einmal auf alle Formulare und dann sehen wir hier schon den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Und du siehst, dass es hier einige Fragebögen zur steuerlichen Erfassung gibt. Du bist als Freiberufler ein Einzelunternehmen, also keine Personengesellschaft, keine Kapitalgesellschaft und so weiter. Du klickst also als Freiberufler auf Fragebogen zur steuerlichen Erfassung für Einzelunternehmen. Und dann sehen wir hier auch direkt an dieser Stelle, dass wir richtig sind, denn du füllst diesen Fragebogen aus, wenn du eine selbstständige bzw. freiberufliche Tätigkeit startest. Und genau das wollen wir ja gerade machen. Wir wollen eine freiberufliche Tätigkeit anmelden. Und deswegen klicken wir hier direkt auf Weiter und landen im Elster-Formular. Die Elster-Formulare sind im Wesentlichen alle gleich aufgebaut. Du siehst hier oben so drei Reiter. Einmal das Ganze eingeben. Dann kannst du nach deiner Eingabe noch einmal alles, was du eingegeben hast, prüfen und das Ganze direkt in Elster Online an das Finanzamt übermitteln. Und hier auf der linken Seite können wir auf diesen Kreis klicken und dann sehen wir die gesamte Struktur des Formulars, was gerade vor uns liegt. In diesem Fall ist es ein sehr langes Formular. Das heißt, wir haben 23 Bereiche, die wir jetzt in diesem Video Schritt für Schritt einmal gemeinsam durchsprechen und gemeinsam ausfüllen. Und du kannst das Formular natürlich auch zwischendrin einfach mal speichern und dann jeweils in den Bereich springen, der für dich relevant ist. Wir gehen das Ganze jetzt einfach mal Schritt für Schritt gemeinsam durch und ich sage zu jedem einzelnen Punkt etwas. Hier im ersten Bereich geht es erstmal um allgemeine Angaben. Allgemeine Angaben heißt vor allem Angaben über dich. Also du als Steuerpflichtiger, du die Person, die sich jetzt selbstständig machen möchte, musst hier einmal so die Eckdaten eintragen. Alles rund um Name, Vorname, Nachname, Namensvorsatz und Zusatz, Geburtsname und so weiter. Spannend wird es hier bei Feld 5 als erstes. Da geht es um den ausgeübten Beruf. Und hier geht es natürlich um den Beruf, den du jetzt gerade hauptsächlich ausübst. Wenn du dich jetzt gerade selbstständig machst, dann hast du unter Umständen jetzt gerade einen neuen Beruf und dann solltest du hier deinen neuen Beruf, also den Beruf, den du in deiner Selbstständigkeit ausübst, eintragen. Aber ich muss an der Stelle auch wirklich sagen, dieses Feld ist generell nicht so wahnsinnig wichtig. Da geht es so um Statistiken und so weiter. Und du wirst in diesem ganzen Fragebogen generell merken, dass du unglaublich viele Dinge gefragt wirst. Meine Empfehlung ist, lass Dinge im Zweifel einfach leer. Wenn das Finanzamt wirklich bestimmte Informationen von dir braucht, dann fragen sie im Zweifel nochmal nach. Ich würde dir aber immer sagen, im Zweifel lass lieber mal ein Feld leer, als dass es ein Blocker wird, dass du das Ganze jetzt nicht ausfüllst oder nicht mehr weiterkommst. Dann geht es um dein Geburtsdatum. Da weißt du hoffentlich, was du da eintragen sollst. Und dann um deine Religion. Religion ist deswegen wichtig, weil du mit deinem Einkommen, mit deinem zuversteuernden Einkommen und damit natürlich auch mit deinen Gewinnen aus Selbstständigkeit unter Umständen kirchensteuerpflichtig bist. Und deswegen trägst du hier einmal einfach deine Religion ein, weil das Ganze für die Steuerberechnung relevant ist. Dann geht es hier um deine Steueridentifikationsnummer. Das ist nicht deine Steuernummer, die du jetzt gerade beantragst. Weil du beantragst ja mit diesem Fragebogen deine Steuernummer für deine Selbstständigkeit, die du dann auf die Rechnungen schreibst. Hier geht es um deine persönliche Steueridentifikationsnummer. Das ist die Steuernummer, die du irgendwann mal zur Geburt bekommen hast. Oder wenn du nicht in Deutschland geboren wurdest, dann bist du irgendwann wahrscheinlich eingewandert, wirst du das erste Mal steuerlich registriert. Und dann bekommst du vom Bundeszentralamt für Steuern deine Steueridentifikationsnummer. Die steht in der Regel auch auf deinen Gehaltsabrechnungen, auf deinen Steuerbescheiden oder auf den Ausdrucken der elektronischen Lohnsteuerjahresbescheinigung. Das heißt, wenn du eins von diesen Dokumenten hast, dann findest du irgendwo Steuer-ID. Und diese Nummer trägst du hier einmal ein. Dann geht es um das ganze Thema Familienstand. Warum? Weil wenn du verheiratet bist, dann könnt ihr die Zusammenveranlagung wählen. Das heißt, dann gibst du mit deinem Ehepartner unter Umständen eine gemeinsame Steuererklärung ab. Und deswegen ist natürlich auch die Angabe zu deinem Familienstand relevant für die Berechnung der möglichen Steuer, die da anfällt. Das heißt, hier kannst du Angaben machen, ob du verheiratet bist und seit wann das Ganze denn so ist. Und dann ist natürlich auch die Adresse relevant. Warum ist die Adresse relevant? Weil die Finanzämter in Deutschland regional zuständig sind. Wir haben ja nicht ein ganz zentrales Finanzamt für ganz Deutschland, sondern Finanzämter haben eine regionale Zuständigkeit. Und das bestimmt sich nach deiner Adresse. Deswegen ist es relevant, dass du hier einmal deine persönliche, private, ganz wichtig, private Adresse einträgst. Wenn du eine Adresse im Ausland hast, dann schreibst du halt hier die Adresse im Ausland rein. Könntest unter Umständen eine Postfachadresse haben. Die kannst du auch hier eintragen. Telefon, E-Mail, Internetadresse und so weiter. Hier in dem Bereich würde ich sagen, das kannst du auch ruhig leer lassen. Natürlich kannst du das eintragen, wenn du möchtest. Wenn du denn möchtest, dass das Finanzamt dir E-Mails schickt. Was ich mir persönlich sehr viel häufiger wünschen würde, dass sie mir weniger Papier und mehr E-Mails schicken. Tun sie aber nicht, obwohl ich hier irgendwann mal meine E-Mail-Adresse eingetragen habe. Und auch immer, wenn es geht, meinem Finanzamt eine E-Mail schreibe, kriege ich trotzdem immer mal Papierbriefe geschickt. Das heißt, das kannst du ausfüllen. Das sind aber alles keine Mussfelder. Das heißt, wenn du zum Beispiel noch keine Webseite hast, dann brauchst du auch die Webseite hier nicht eintragen. Selbst wenn du sie hast, musst du sie auch nicht eintragen. Dann im nächsten Schritt geht es um die Art der Tätigkeit. Und hier musst du genau beschreiben, was du in deiner Selbstständigkeit machen möchtest. Hier kannst du auch mehrere Dinge auflisten. Wichtig ist allerdings, dass wenn du Freiberufler bist, und wir füllen diesen Fragebogen jetzt ja gerade aus als Freiberufler, dass du hier natürlich auch ganz klar eine freiberufliche Tätigkeit beschreibst. Wenn du so Mischtätigkeiten hast, die zum Teil gewerblich, zum Teil freiberuflich sind und so weiter. Dazu habe ich auch ein separates Video aufgenommen. Auch das findest du unten in der Videobeschreibung. Dann führt das in der Regel dazu, dass du entweder zwei Selbstständigkeiten anmelden musst, oder aber alles eine gewerbliche Tätigkeit ist. Das heißt, dann füllst du das Ganze nicht als Freiberufler aus, sondern als Gewerbetreibender. Generell würde ich dir empfehlen, dass du hier eher allgemein beschreibst, was du machst. Also versuch, die Beschreibung deiner Tätigkeit wirklich so weit wie möglich zu fassen. Es kann nämlich später immer irgendwann mal vorkommen, dass du, wenn du bestimmte Betriebsausgaben in deiner Buchhaltung absetzen möchtest. Und die sind sehr untypisch zu der Art der Tätigkeit, die du irgendwann mal beim Finanzamt angemeldet hast. Dass das Finanzamt kritische Fragen stellt, warum du denn diese Betriebsausgaben brauchst. Und ehrlicherweise ist es in so einer Selbstständigkeit einfach so, dass sich das Geschäftsmodell auch laufend weiterentwickelt. Ich meine, wenn du dir am Anfang überlegst, etwas Bestimmtes zu machen, und dann kommt ein Kunde, der möchte ganz was ganz anderes für dich, dann kann ja sein, dass du das Ganze trotzdem machst. Das heißt, irgendwie entwickelst du dein Geschäftsmodell während deiner Selbstständigkeit auch immer weiter. Und deswegen solltest du hier nicht zu konkret sein, du solltest dich nicht zu sehr eingrenzen, sondern kannst das Ganze eher allgemeiner beschreiben. Und beschreib es mal so, wie du es vielleicht deiner Oma an Weihnachten beschreibst. Weil du solltest hier nicht vergessen, das Ganze liest irgendein Finanzbeamter und nicht irgendein Kumpel, der vielleicht das Gleiche macht. Und Affiliate, Marketing, Content, Creator und Co. sind eventuell Begriffe, die so ein Finanzbeamter jetzt nicht ganz alltäglich hört. Deswegen versuch hier, möglichst allgemein zu bleiben und konservativere Sprache zu wählen. Und wenn du das gemacht hast, dann gehst du zur nächsten Seite und damit kommen wir zum zweiten Bereich, und zwar dem Ehegatten der Ehegattin. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du ja, wenn du verheiratet bist, unter Umständen eine zusammenveranlagte Steuererklärung machen musst oder machen darfst, weil das meistens steuerlich attraktiver ist. Und deswegen sind natürlich die Informationen über den Ehepartner auch relevant. Und hier in dem Bereich trägst du einfach alle Informationen über den Ehepartner ein. Wichtig auch hier die Identifikationsnummer von dem Ehepartner und dann auch hier die Adressen. Allerdings musst du das nur machen, wenn ihr getrennt wohnt. Also wenn ihr den gleichen Wohnsitz habt, dann musst du hier nicht nochmal die Adresse eintragen. Das heißt, diesen kompletten zweiten Bereich kannst du überspringen, wenn du einfach nicht verheiratet bist und dann springst du direkt zum dritten Part. Und damit kommen wir zum dritten Bereich und zwar dein Bankkonto. Und ganz wichtig, hier solltest du dein Geschäftskonto eintragen. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, du solltest generell, wenn du selbstständig bist, zwei getrennte Konten haben. Privates Konto und geschäftliches Konto. Das hat eine Reihe von Gründen, warum das eine äußerst gute Idee ist. Das ganze Thema möchte ich hier auch nicht aufmachen. Auch dazu findest du ein vertiefendes Video unten in der Videobeschreibung. Wichtig ist aber, du solltest ein Geschäftskonto haben und es hier eintragen. Und viele von euch werden jetzt sagen, das habe ich ja noch gar nicht. Ich fange ja gerade erst an und das Bankkonto habe ich bisher noch nicht gebraucht. Als erstes brauche ich erstmal die Steuernummer, damit ich Rechnung schreiben kann. Und dann ist das auch kein Drama. Du kannst das Ganze nämlich auch einfach auslassen und du kannst dem Finanzamt auch später noch die Kontoverbindung mitteilen. Also überhaupt gar kein Problem. Mach dir keinen Stress. Falls du eine Empfehlung von mir brauchst für ein gutes Geschäftskonto, dann schau unbedingt auch mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Da habe ich dir ja die Tools und die Lösungen, die Softwarelösungen, die Programme, aber auch die Bankkonten, die ich empfehlen würde, verlinkt. Das heißt, alle meine Empfehlungen findest du einmal unten. Und du kannst das Bankkonto eröffnen und dann kannst du es hier eintragen. Du kannst das Ganze aber auch später machen. Kleiner Hinweis an dieser Stelle. Gerade beim Thema Bankkonto gibt es ganz häufig Verwirrung, weil Banken auch nach einer Steuernummer fragen. Und deswegen erzählen mir ganz viele Leute, dass sie ihr Bankkonto noch nicht eröffnen können, weil sie noch eine Steuernummer brauchen. Ganz wichtig an dieser Stelle, Bankkonten brauchen für die Kontoeröffnung auch nicht deine normale Steuernummer, sondern auch die Steueridentifikationsnummer. Und die hast du schon. Das heißt, du kannst dein Geschäftskonto auch heute schon direkt eröffnen und dann kannst du das da eintragen oder du machst das halt später. Oder du gibst dem Finanzamt auch generell nie dein Bankkonto. Das wäre auch in Ordnung. Spätestens bei der ersten Steuererstattung wirst du das tun, weil das Geld willst du ja irgendwie auf dein Konto haben. Das heißt, diesen dritten Bereich kannst du entweder überspringen oder trägst es hier dein neues Geschäftskonto ein. Im vierten Punkt geht es um die steuerliche Beratung. Das heißt, hier trägst du deinen Steuerberater ein. Wenn du denn einen hast. Wenn du einen Steuerberater suchst, dann findest du auch dazu einmal einen spannenden Link unten in der Videobeschreibung. Und ehrlicherweise, wenn du einen Steuerberater hast, dann wirst du dieses ganze Formular wahrscheinlich nicht ausfüllen. Und deswegen können wir das Ganze auch kurz fassen. Wenn du nämlich keinen Steuerberater hast und einfach deine Buchhaltung, deine Steuererklärung selbst machen möchtest, dann lässt du das hier einfach alles leer. Das heißt, das kannst du alles schön überspringen. Wir scrollen trotzdem noch einmal durch. Hier oben füllst du das natürlich aus, wenn du eine Person, eine natürliche Person, also einen Mensch als Steuerberater hast. Wenn du Kunde, Mandant bist bei einer Steuerberatungsgesellschaft, dann trägst du das Ganze hier unten ein. Wie gesagt, wenn du keinen Steuerberater hast und auch nicht vorhast, einen zu haben oder auch später einen haben möchtest, ihn jetzt aber auch noch nicht hast, dann kannst du diesen ganzen Bereich auch einfach leer lassen. Ich glaube, du merkst langsam, was ich meine mit, du kannst hier in diesem Formular einfach auch viele Felder überspringen. Und deswegen sind so 23 Abschnitte im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung zwar im ersten Schritt auch irgendwie bedrohlich und ein bisschen viel, aber man ist dann doch relativ schnell dadurch. Denn auch im fünften Bereich geht es mehr oder weniger eigentlich um den Steuerberater, zumindest in den allermeisten Fällen. Denn ganz konkret geht es hier um den Empfangsbevollmigsten für alle Steuerarten. Wer soll eigentlich alle Informationen über deine Steuern erhalten? Also Erinnerungen oder Steuerbescheide, Steuernachzahlungen, Bescheide über Vorauszahlungen, Rückfragen und so weiter. Wer soll diese Dokumente bekommen? Wenn du die selber haben möchtest, was ehrlicherweise in den meisten Fällen der Fall ist, dann überspringst du einfach diesen fünften Punkt. Wenn du aber einen Steuerberater hast, dann ist es natürlich praktisch, dass dein Steuerberater erstmal den Steuerbescheid bekommt, damit er ihn prüfen kann und ihn dir anschließend geprüft weiterleiten kann oder unter Umständen gleich darauf reagieren kann, wenn da drin irgendwas falsch sein sollte. Und dann ergibt das ganze Sinn, dass du deinem Steuerberater eine Empfangsvollmacht ausstellst. Das heißt, dein Steuerberater bekommt dann alle die steuerlichen Dokumente vom Finanzamt. Das heißt, das Finanzamt kommuniziert nie mit dir direkt, sondern immer erstmal mit dem Steuerberater. Und der Steuerberater erzählt dir dann, was du machen musst. Theoretisch kannst du auch jedem anderen eine Empfangsvollmacht ausstellen. Ist ehrlicherweise sehr, sehr selten. Wenn es dein Steuerberater ist und du den Steuerberater schon im vierten Bereich ausgefüllt hast, dann kannst du hier einfach den Haken setzen und dann musst du diese ganzen Felder nicht nochmal separat ausfüllen. Wenn du aber jemand anderen ja quasi die Empfangsvollmacht ausstellen möchtest, dann musst du all diese Felder einmal ausfüllen. Wir gehen noch einmal ganz schnell durch. Auch hier geht es um Name, Vorname, Adresse, Adresse im Inland und Ausland, Postfachadresse, Telefon, E-Mail und so weiter. Vom Prinzip ist das Ganze genauso aufgebaut wie der vierte Bereich. Und deswegen gehen wir direkt zum nächsten. Im sechsten Bereich geht es um deine persönliche Historie. Und zwar ist es folgendermaßen. Wenn du dich jetzt bei deinem Finanzamt anmeldest, dann ist ja dein örtlich für dich zuständiges Finanzamt, dein Finanzamt und auch dein Ansprechpartner für Steuererklärungen, Steuerbescheide und all die ganzen Themen. Und es ist tatsächlich so, dass in deinem Finanzamt dann eine Akte über dich besteht. Da ist übrigens diese Steuernummer immer die Art Aktenzeichen. Immer wenn du mit dem Finanzamt kommunizierst, dann solltest du die Steuernummer, die du nach diesem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung erhältst, solltest du immer angeben, damit der Sachbearbeiter im Finanzamt immer genau weiß, mit welchem Fall er da es zu tun hat. Jetzt ist das ja vorstellbar, dass du gerade erst umgezogen bist. Und häufig werden Steuererklärungen ja nur einmal im Jahr gemacht. Das heißt, wenn du vor drei Monaten umgezogen bist, dann kann es tatsächlich sein, dass es in einem alten Finanzamt, und zwar da, wo du vorher gewohnt hast, eine Akte über dich gibt. Mit der ganzen Historie und so weiter. Und jetzt bist du umgezogen und machst dich selbstständig und meldest dich quasi neu an. Dann weiß das neue Finanzamt unter Umständen noch gar nicht, dass es in dem alten Finanzamt eine Akte über dich gibt. Das wäre aber sehr sinnvoll, wenn diese Akte quasi vom alten Finanzamt an das neue Finanzamt übermittelt wird. Und in diesen Fällen musst du hier einmal eintragen, wann du genau umgezogen bist. Also immer nur dann, wenn du in den letzten zwölf Monaten tatsächlich umgezogen bist. Und dann trägst du hier einmal das Datum ein und deine vorherige Adresse. Weil damit ist das Finanzamt in der Lage herauszufinden, ob es im alten Finanzamt schon irgendwelche Dokumente und Korrespondenz und so weiter von dir und mit dir gab. Wichtig ist auch, wenn du in den letzten drei Jahren für andere Zwecke irgendwann schon einmal steuerlich erfasst wurdest. Das heißt, du warst zum Beispiel angestellt und hast eine Einkommensteuererklärung gemacht. Dann trägst du das hier in dem unteren Bereich einmal ein. Wichtig ist hier, hier trägst du einfach das Bundesland ein, trägst die Steuernummer ein und dann wird automatisch das Finanzamt ermittelt. Das heißt, wenn du so eine Einkommensteuererklärung gemacht hast, als Angestellter vor zum Beispiel zwei Jahren, dann trägst du hier noch einmal deine Steuernummer ein. Die Steuernummer, die steht dann auf den entsprechenden Einkommensteuerbescheid, damit das Finanzamt auch da weiß, dass da schon eine gewisse Historie vorhanden ist. Und das Gleiche dann auch noch mal für deinen Ehepartner, falls der existiert. Weil, wie gesagt, ihr seid als Ehepaar quasi wie eine Person oder könnt euch wie eine Person behandeln. Und zwar, indem ihr einfach zusammen eine Steuererklärung abgebt. Deswegen das Ganze auch noch mal für den Ehepartner. Wichtig, das ist vor allen Dingen dann halt relevant, wenn ihr nicht die Steuererklärung in den letzten drei Jahren einfach zusammen abgegeben habt, weil dann habt ihr auch eine gemeinsame Steuernummer. Das heißt, dieser sechste Bereich ist nur dann relevant, wenn du irgendwo steuerlich vorher schon mal registriert warst, also beim anderen Finanzamt oder auch im gleichen Finanzamt für die Einkommenssteuer und so weiter. Dann trägst du das Ganze hier ein. Wenn das alles nicht auf dich zutrifft, dann kannst du auch diesen sechsten Bereich einfach überspringen. Und jetzt geistig bitte nicht vollkommen abschalten. Ich weiß, wir haben sehr viele Bereiche übersprungen, aber jetzt wird es relevant und jetzt wird es auch wieder für alle von euch relevant. Und zwar müssen wir im siebten Bereich Angaben zum Unternehmen machen. Wir melden hier ja eine Freiberuflichkeit an und hier schreibst du die Bezeichnung deines Unternehmens rein. Und rund um den Namen einer Selbstständigkeit gibt es wahnsinnig viel Mythen und Irrtümer und so weiter. Auch dazu findest du ein ganz ausführliches Video unten in der Videobeschreibung. Hier an dieser Stelle solltest du dir merken, du als Freiberufler hast keinen reinen Fantasienamen. Das heißt, ich könnte hier jetzt nicht steuerfit für Selbstständige reinschreiben oder steuerfit. Der Name meines Unternehmens ist fast identisch mit meinem Namen. Das heißt, mein Name muss hiermit auftauchen. Ich könnte mein Unternehmen aber zum Beispiel Melcher Neumann steuerfit nennen. Übrigens zu ganz vielen Feldern gibt es auch eine Erläuterung von Elster. Und zwar immer, wenn du auf dieses Fragezeichen klickst, dann bekommst du hier noch eine nähere Erläuterung. Das ist jetzt ehrlicherweise relativ gut verständlich. Viele Erläuterungen sind nicht wirklich hilfreich. Deswegen sprechen wir hier an dieser Stelle jetzt darüber. Und ich dürfte mich jetzt hier zum Beispiel Melcher Neumann steuerfit nennen. Also so ein bisschen so wie Imbiss, Balkangrill, Inhaber, Horst, Spieß. Ja, dürfte ich mich halt auch steuerfit Inhaber Melcher Neumann nennen oder Melcher Neumann steuerfit. Bei vielen Selbstständigen reicht es übrigens, wenn du den Nachnamen im Unternehmensnamen hast. Wenn ich zum Beispiel Architekt wäre und ich möchte ein Architekturbüro öffnen, dann könnte ich hier zum Beispiel Architekturbüro Neumann reinschreiben. Und das wäre dann die offizielle Bezeichnung meines Unternehmens. Ganz ehrlich, wenn du noch nicht weißt, unter welchem Namen und Brand du auftreten möchtest, schreib hier einfach deinen Namen rein. Du kannst tatsächlich deine Webseite und auch dein Logo und alles, das darfst du alles nennen, wie du willst. Wichtig ist nur, die legale, rechtliche Name deines Unternehmens entspricht halt deinem persönlichen Namen. Das heißt, dein persönlicher Name muss zum Beispiel auf deinen Rechnungen irgendwo auftauchen. Es muss aber nicht ganz groß oben stehen. Da kannst du auch ein großes Logo und Schriftzug und auch einen wilden, ausgedachten Namen reinschreiben. Zum Beispiel auf meinen Rechnungen könnte ich riesengroß Steuerfit schreiben, wenn unten irgendwo auch Melchior Neumann steht. Dann gibt es da überhaupt gar kein Problem. Aber wie gesagt, da gibt es auch ein vertiefendes Video unten in der Videobeschreibung. Und dann kann es natürlich sein, dass dein Unternehmen woanders seinen Sitz hat, als du wohnst. In den allermeisten Fällen wird das wahrscheinlich am Anfang zumindest nicht der Fall sein. Dann kannst du dir einfach den Haken setzen und sagen, naja, nein, mein Unternehmen hat da genau den Sitz, wo ich halt wohne. Das heißt, dann setzt du hier einfach den Haken und dann ist das Ganze erledigt. Wenn du aber ein externes Büro hast oder ein Ladenlokal oder Lagerhallen, Werkstatt und so weiter, dann musst du auch noch einmal hier die Adresse deines Unternehmens eintragen. Warum? Weil bei den Steuerarten, die du als Freiberufler zahlst, und zwar der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer, unterscheidet man zwischen den Betriebssteuerarten, also der Umsatzsteuer, und den privaten Steuerarten, der Einkommensteuer. Dann kann es durchaus sein, dass du zwei unterschiedliche Steuernummern bekommst. Und zwar eine für die Umsatzsteuer und eine für die Einkommensteuer. Das ist immer dann der Fall, wenn die Adressen in unterschiedlichen Gemeinden sind. Dann hast du nämlich unter Umständen zwei Finanzämter, die für dich zuständig sind. Und zwar einmal das Betriebssitzfinanzamt, das heißt da, wo dein Betrieb seinen Sitz hat, und einmal dein Wohnsitzfinanzamt, das ist das Finanzamt, wo du deinen Wohnsitz hast. Das heißt, das Ganze ist wichtig, dass du das hier einträgst. In den meisten Fällen wird das zumindest am Anfang deiner Selbstständigkeit wahrscheinlich nicht der Fall sein. Wenn du einfach zu Hause arbeitest, dann ist beides genau das Gleiche und dann lässt du das Ganze auch einfach leer und kannst dann hier zum letzten Schritt gehen. Und dieser Schritt ist wichtig, und zwar Beginn der Tätigkeit. Beginn der Tätigkeit ist wirklich die Aufnahme deiner unternehmerischen Tätigkeit. Das heißt, wenn du schon ein Gründungsseminar belegst oder wenn du schon mal Büroräume mietest oder einen Mietvertrag abschließt, einen Leasingvertrag abschließt, dann ist das Beginn deiner Tätigkeit. Weil dann hast du ja angefangen, deine Tätigkeit auszuüben. Es ist nicht der Tag, wo du das erste Mal einen Auftrag bekommst. Es ist auch nicht der Tag, wo du das erste Mal Geld, also Umsatz, auf dein Konto bekommst. Sondern es ist tatsächlich der Anfang, in dem du quasi wirtschaftlich anfängst. Und das kann natürlich auch in der Vergangenheit liegen. Also wenn du schon angefangen hast und jetzt sagst, oh, jetzt muss ich mich ja langsam mal anmelden, dann trägst du hier nicht das Datum von heute, also dem Ausfülldatum ein, sondern das Datum, ab dem du quasi ja angefangen hast, freiberuflich tätig zu sein. Und wenn du das gemacht hast, gehen wir zur nächsten Seite. Der achte Abschnitt ist wahrscheinlich wieder ein Abschnitt, der für die meisten von euch nicht relevant ist. Und zwar kann es ja sein, dass du irgendwo wohnst und dein Unternehmen hat irgendwo seinen Sitz. Beispielsweise eine Werkstatthalle. Der Sitz der Geschäftsführung ist aber ganz woanders. Du hast noch irgendwo anders ein Büro und da sitzt du. Das heißt, du hast eine Werkstatthalle, du hast dein Zuhause und du hast irgendwo anders dein Büro, in dem du arbeitest. Das heißt, an dieser Stelle ist dann, ja, der Sitz der Geschäftsleitung. Das kann natürlich auch zu Hause sein. Das heißt, du kannst dein Unternehmen irgendwo haben, der Sitz der Geschäftsleitung ist dann aber zu Hause, weil du die Büroarbeit zu Hause machst. Das heißt aber, theoretisch gibt es drei Adressen, die relevant sein könnten. Und zwar deine private Adresse, die Unternehmensadresse und die Adresse der Geschäftsleitung. Das kann natürlich auch zu Hause sein und dann setzt du hier auch einfach den Haken. Wenn das auch woanders sein sollte, was zugegebenermaßen bei Freiberuflern äußerst selten ist. Ich weiß gar nicht, ob in den über zehn Jahren Steuerberatung ich das jemals gesehen habe, dass ein Freiberufler wirklich drei unterschiedliche Adressen hat. Wenn das aber so sein sollte, dann kannst du das Ganze hier eintragen. Wenn das nicht so ist, dann gehst du direkt einfach zum nächsten Schritt und dann kommt wieder ein Part, der für dich wahrscheinlich auch nicht relevant ist. Und zwar geht es da um Betriebsstätten. Wenn dein Unternehmen größer ist, dann hast du unter Umständen mehrere Betriebsstätten und die kannst du hier alle separat einzeln anlegen. Wirst du wahrscheinlich nicht haben und deswegen überspringen wir das ganz schnell und gehen zum zehnten Part. Da geht es um den Handelsregister-Eintrag. Du als Freiberufler wirst in der Regel nicht im Handelsregister eingetragen sein. Und ehrlicherweise kann ich dir das in den allermeisten Fällen auch nicht empfehlen. Deswegen merke dir einfach, als Freiberufler solltest du in den meisten Fällen eigentlich nicht im Handelsregister eingetragen sein. Das heißt, du musst dich nicht um die Handelsregister-Eintragung kümmern und bedeutet natürlich auch gleichzeitig, du musst hier nichts eintragen. Das heißt, als Freiberufler gehst du einfach direkt weiter. Im elften Schritt geht es um die Gründungsform. Und da möchte ich auch nur ein paar Worte zu sagen. Und zwar gehen wir jetzt, oder ich bin bisher davon ausgegangen, dass du gründest. Das heißt, du startest ein Unternehmen. Es gibt ja aber auch andere Formen, ein Unternehmen zu starten. Und zwar, wenn wir hier mal die Gründungsart aufklappen, könntest du ja ein Unternehmen neu gründen. Du könntest es aber auch verlegen. Das heißt, wenn du mit deinem Unternehmen umziehst, musst du dein Unternehmen auch an dem neuen Sitz neu anmelden. Dann füllst du diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung auch einfach einmal aus. Oder aber du kaufst ein Unternehmen. Es könnte ja sein, wir haben vom Architekturbüro Neumann gesprochen, dass ich dieses Architekturbüro Neumann gekauft habe. Das war vielleicht ein ganz anderes Architekturbüro und ich habe jetzt dieses Unternehmen gekauft. Und jetzt muss ich es natürlich einmal unter meinem Namen neu anmelden. Oder aber ich hatte vorher zwei Unternehmen und packe die jetzt zusammen und mache die zu einem Unternehmen. Das heißt, ich verschmelze diese Unternehmen. In den meisten Fällen wirst du hier einfach Neugründungen anklicken. Das heißt, dann gehst du hier auf Neugründungen und trägst nochmal das Gründungsdatum ein. Für dich als Freiberufler solltest du hier genau das Datum wählen, was du vorhin schon beim Beginn der Geschäftstätigkeit, der selbstständigen Tätigkeit eingetragen hast. Das ist bei anderen Gründungsformen, fallen diese Daten manchmal auseinander. Wenn du dich einfach selbstständig machst als Freiberufler, dann nimmst du hier das gleiche Datum. Wenn du aber ein Unternehmen gekauft hast und so weiter, dann musst du natürlich auch nochmal Angaben machen zu der Historie. Also von wem hast du es gekauft, welche Unternehmen verschmilzt du jetzt und so weiter. Wenn du das alles nicht hast, dann kannst du diese ganzen Bereiche, die hier kommen, auch einfach einmal überspringen und gehen direkt zur nächsten Seite. Und hier in diesem Schritt geht es um deine bisherigen betrieblichen Verhältnisse. Ganz konkret geht es darum, warst du in den letzten fünf Jahren irgendwann schon einmal unternehmerisch tätig. Unternehmerisch tätig bedeutet ganz konkret, du hattest ein Gewerbe, du hattest eine Freiberuflichkeit, du hattest irgendwas mit Land- und Frostwirtschaft zu tun, du warst an einer Personengesellschaft beteiligt oder zu mehr als einem Prozent an einer Kapitalgesellschaft, also einer AG, UG oder GmbH beteiligt. Wenn das in den letzten fünf Jahren irgendwann mal der Fall war, dann trägst du das Ganze auch hier ein und beschreibst einmal ganz grob, was hast du da eigentlich getan, an welchem Ort, von wann bis wann eigentlich, deine Umsatzsteueridentifikationsnummer und nochmal deine Steuernummer. Das heißt, auch hier geht es so ein bisschen darum, welche Historie hast du da eigentlich. Wenn du das nicht hast, dann lässt du das auch einfach wieder leer. Denn das ganze Thema Konzernzugehörigkeit, das hast du als Freiberufler in der Regel nicht. Deswegen gehen wir einfach zum nächsten Schritt. Und jetzt wird es relevant und jetzt vermute ich sehr stark, dass ich deine Aufmerksamkeit wiederhabe, weil ganz häufig ist es so, dass ganz viele irgendwie diesen Fragebogen anfangen auszufüllen und dann kommen sie ungefähr bis hier hin und beim Part 14 fangen sie dann an, bei YouTube zu suchen. Deswegen liebe Grüße und herzlich willkommen an alle, die jetzt zu diesem Punkt gerade dieses Video angeschaltet haben. Und zwar geht es hier um die Angaben zur Festsetzung von Vorauszahlungen. Das heißt, hier musst du jetzt eine ganze Reihe an Angaben machen und diese Angaben sind quasi die Berechnungsgrundlage für deine Steuervorauszahlungen. Du als Selbstständiger, als Freiberufler hast ja keine Gehaltsabrechnung. Wenn du angestellt bist, dann bekommst du von deinem Arbeitgeber jeden Monat eine Gehaltsabrechnung und in diesen Gehaltsabrechnungen wird Lohnsteuer abgezogen. Lohnsteuer ist eine Erhebungsform von der Einkommenssteuer. Das heißt, Lohnsteuer und Einkommenssteuer ist quasi das Gleiche. Das heißt, als Angestellter zahlst du in deinen monatlichen Gehaltsabrechnungen einfach jedes Mal Einkommenssteuer. Und weil du das als Freiberufler nicht machst, musst du quartalsweise Einkommenssteuervorauszahlungen leisten. Das heißt, viermal im Jahr zahlst du an das Finanzamt eine Vorauszahlung für die Einkommenssteuer. Und natürlich muss man irgendwie auf eine Höhe kommen. Es macht einen großen Unterschied, ob du 1000 Euro pro Quartal vorauszahlen musst oder 50.000 Euro. Und damit das Finanzamt diese Vorauszahlung sinnvoll schätzen und festlegen kann, musst du hier jetzt Angaben machen. Und dafür ist dieser 14. Bereich da. Das heißt, hier trägst du jetzt dein Einkommen ein. Und zwar dein Einkommen vom Gründungsjahr und von dem nächsten Jahr. Ganz wichtig, hier geht es um die Kalenderjahre. Also wenn ich diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung im Jahr 2024 ausfülle, dann muss ich einmal das Einkommen aus dem gesamten Kalenderjahr 2024 eintragen. Und aus dem gesamten Kalenderjahr 2025. Und basierend darauf legt das Finanzamt dann die quartalsweisen Vorauszahlung für die Einkommenssteuer fest. Und diese Übersicht, diese Tabelle, die wirkt ein wenig einschüchternd. Muss sie aber nicht sein und ist sie auch nicht mehr, wenn wir uns damit ein kleines bisschen näher beschäftigen. Und zwar das Erste und Wichtigste ist, dass es im Einkommensteuergesetz sieben Einkommensarten gibt. Das heißt, du hast für die Einkommenssteuer zumindest sieben unterschiedliche Möglichkeiten, wie du Geld verdienen kannst. Einkommenssteuerpflichtiges Geld verdienen kannst. Und zwar einmal durch Land- und Forstwirtschaft. Einmal durch Gewerbebetrieb. Einmal durch selbstständige Arbeit. Einmal durch nicht-selbstständige Arbeit. Normale Menschen würden einfach Angestelltenverhältnis sagen. Durch Kapitalvermögen, durch Vermietung und Verpachtung oder durch sonstige Einkünfte. Also vor allen Dingen Renten oder aber auch private Veräußerungsgeschäfte. Das heißt, das sind diese sieben Einkunftsarten. Dann kann es ja sein, dass du verheiratet bist und dann macht ihr zusammen eine Steuererklärung. Das heißt, wir haben hier jetzt einmal die Spalte 1, Spalte 2. Einfach nur für dich und einmal für den Ehepartner für das laufende Jahr. Und dann haben wir einmal für das nächste Kalenderjahr. In meinem Beispiel wäre das dann 2025. Einmal für dich und den Ehepartner. Und wenn du jetzt einmal überlegst, wie viele Einkommensquellen du so hast, dann wirst du mit Sicherheit keine sieben Einkommensquellen haben und dein Ehepartner auch nicht. Das heißt, wenn du nicht verheiratet bist, dann kannst du sowieso Spalte 2 und 4 sowieso schon komplett mal ignorieren. Und dann werden die meisten von euch jetzt auch keine Land- und Forstwirtschaft haben. Wenn du quasi nur deine Selbstständigkeit hast, dann trägst du das Ganze hier unter selbstständige Arbeit ein. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Es gibt keine Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Das Einkommenssteuergesetz spricht bei Freiberuflichkeit immer von selbstständiger Arbeit. Und wenn du gewerblich tätig bist, immer von Gewerbebetrieb. Das heißt, überall, wo selbstständige Arbeit steht, ist Freiberuflichkeit gemeint. Ja, wenn du ein Gewerbe anmeldest, dann bist du zwar auch selbstständig, aber in der Steuererklärung hast du keine Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, sondern Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Das ist ein bisschen verwirrend, aber wir gehen ja an dieser Stelle davon aus, dass wir eine Freiberuflichkeit anmelden. Das heißt, du trägst hier ganz konkret unter selbstständiger Arbeit in dieses Feld und in dieses Feld ein, was du erwartest an, ganz wichtig, Gewinn. Hier trägst du deinen zu erwartenden Gewinn ein. Und hier kannst du tatsächlich auch einen negativen Betrag eintragen. Wenn du davon ausgehst, dass du im ersten Jahr erstmal investieren musst und noch keine Umsätze hast und deswegen davon ausgehst, dass du in diesem Jahr 5.000 Euro Verlust machst, dann kannst du hier auch minus 5.000 Euro eintragen und im nächsten Jahr dann beispielsweise 40.000 Euro, wenn du davon ausgehst, im nächsten Jahr 40.000 Euro Gewinn zu machen. Was unter Umständen noch sein kann, wenn du zum Beispiel nebenberuflich gründest, dass du auch noch einen Angestelltengehalt beziehst. Das trägst du dann unter nichtselbstständige Arbeit ein. Auch hier ganz wichtig, hier geht es um das Brutto-Jahresgehalt. Also auch nicht nur um das Brutto-Gehalt für den Zeitraum, in dem du selbstständig warst. Also wenn du dich zum Beispiel am 1.5.2024 selbstständig machst, dann geht es nicht um das Brutto-Gehalt zwischen Mai und Dezember, sondern für das gesamte Jahr. Warum? Weil die Steuer ja immer für das gesamte Kalenderjahr berechnet wird. Das heißt, hier trägst du dein gesamtes Jahresbrutto ein und das gesamte Jahresbrutto, was du im nächsten Jahr erwartest. Natürlich weißt du nicht, was du nächstes Jahr an Gewinn machen wirst mit deiner freiberuflichen Tätigkeit und du weißt auch noch unter Umständen nicht, was für ein Brutto-Jahresgehalt du im nächsten Jahr haben wirst. Deswegen bitte, bitte schätze diese Werte auch ganz grob und setze sie bitte nicht zu hoch an. Diese Werte, die du hier einträgst, sind die Berechnungsgrundlage für die quartalsweise Vorauszahlung. Und wenn ich dir eins sagen kann, als jemand, der in seinem Leben schon 6-7 Mal gegründet hat, keine Gründung läuft in der Geschwindigkeit, wie man sie sich vorstellt. Meistens dauert alles deutlich länger. Du hast einen Auftrag an der Angel, herzlichen Glückwunsch, ernsthaft, ich wünsche dir alles Gute. Ich kann ja trotzdem garantieren, das Ganze zieht sich am Anfang. Es wird noch dauern, bis du eine Steuernummer bekommst, bis du deine Rechnung schreiben kannst und so weiter. Das dauert alles viel länger, als man sich das eigentlich wünscht und als man es gerne hätte. Deswegen schreibe ich hier nicht zu große Zahlen rein, weil dann musst du quartalsweise unglaublich hohe Einkommenssteuervorauszahlungen leisten und hast dieses Geld unter Umständen noch gar nicht erwirtschaftet. Deswegen runde hier wirklich auch gerne auf Fünftausender und setze das Ganze lieber ein bisschen niedriger an. Und dieses Einkommensschätzen machst du dann nicht nur für dich, sondern auch für deinen Ehepartner. Ganz wichtig, nur wenn ihr eine zusammenveranlagte Steuererklärung abgebt. Wenn ihr getrennte Steuererklärung abgebt, dann musst du hier den Ehepartner auch nicht eintragen, denn ist das nämlich für dich und deinen Steuersatz vollkommen irrelevant. Und noch zwei Punkte, wo es auch relativ viele Fragen gibt. Wenn du Kapitaleinkünfte hast und die den Kapitalertragsteuerabzug unterliegen, also die 25% Abgeltungssteuer, dann musst du hier die Einkünfte aus Kapitalvermögen nicht eintragen, weil die deinen Steuersatz nicht verändern. Das heißt, das musst du nicht eintragen und Minijobs musst du auch nicht eintragen. Das heißt, wenn du Minijobverhältnis hast, neben deiner Selbstständigkeit, musst du das Ganze auch nicht unter nicht selbstständiger Arbeit eintragen, weil Minijob-Arbeitsverhältnisse sind für dich als Arbeitnehmer steuerfrei. Diese Minijob-Arbeitsverhältnisse, die verändern nicht den Steuersatz auf den Gewinn für deine Selbstständigkeit und deine freiberufliche Tätigkeit. Und das ist quasi so dieses große Raster und diese vielen Felder, die du hier ausfüllst. Was sind das? 7, 14, 28 Felder. Das heißt, so schwer sind die gar nicht. Hier unten wird es noch relativ interessant. Hier kannst du nämlich Steuerabzugsbeträge eintragen. Steuerabzugsbeträge, was ist das eigentlich? Das sind erstmal Sonderausgaben. Sonderausgaben sind die Versicherungen, die du von der Steuer absetzen kannst. Und zwar allen voran vor allem Altersvorsorge, also Rentenversicherungsbeiträge und Krankenversicherungsbeiträge. Das heißt, wenn du denn schon weißt, was du an Krankenversicherung und Rentenversicherung zahlen wirst, in diesem Jahr oder im nächsten Jahr, kannst du das Ganze hier ruhig eintragen, weil das Ganze denn dazu führt, dass dein zu viel steuerndes Einkommen niedriger ist und dann halt entsprechend auch die quartalsweisen Vorauszahlungen für die Einkommensteuer ein wenig niedriger angesetzt werden. Und dann gibt es noch so ein paar andere Steuerabzugsbeträge, zum Beispiel außergewöhnliche Belastung, Kinderfreibeträge, Entlastungsbetrag für Alleinerziehende usw. Es gibt so ein paar Dinge, die du absetzen kannst. Wenn du regelmäßig schon deine Steuererklärung machst, dann schau dir mal deinen letzten Steuerbescheid an und schau mal, was du da sonst so hast absetzen können. Das heißt, wenn du da wirklich Abzugsbeträge hast in der Vergangenheit, dann schau das bitte mal in deinem Steuerbescheid nach und dann kannst du diese Werte hier einfach auch eintragen. Dann kannst du die auch nochmal hier berücksichtigen. Wenn du da nichts hast, also keinen letzten Steuerbescheid hast, wo da Steuerabzugsbeträge drinstehen, dann lass es einfach leer. Dann schreib im Zweifel hier oben ein bisschen weniger Gewinn rein und dann passt das auch. Wichtig hier, das geht hier wirklich nur um eine ganz grobe Einschätzung. Du kannst diese quartalsweisen Vorauszahlungen nämlich auch jederzeit nach oben oder unten anpassen lassen. Das heißt, es kann ja immer sein, dass deine Selbstständigkeit erheblich besser läuft, als es dir vorgestellt hast oder halt erheblich schlechter läuft und dann sind deine Steuervorauszahlungen entweder viel zu hoch oder viel zu niedrig. Und um das zu vermeiden, kannst du jederzeit dem Finanzamt einfach einen Änderungsantrag schicken, damit diese Vorauszahlungen nach oben oder unten angepasst werden. Das heißt, das Ganze ist hier auch keine Steuerhinterziehung, wenn du das Ganze so ein bisschen vorsichtiger einfach schätzt. Was du aber nicht machen solltest, ist, dass du hier überall Null einträgst, um dann quasi gar keine Vorauszahlung zu leisten, weil dann kommt der große Hammer dann, wenn du dann halt irgendwann die Steuererklärung machst und den Steuerbescheid bekommst und dann für das gesamte Jahr Steuern nachzahlen musst. Da haben sich auch schon viele Selbstständige verhoben und ja, dann große, große existenzielle Probleme bekommen. Deswegen solltest du da schon versuchen, dicht an der Realität zu bleiben. Aber wie gesagt, das lässt sich auch jederzeit rückwirkend noch wieder anpassen. Im 15. Punkt geht es um die Gewinnermittlungsart. Und das ist ganz interessant für dich zu wissen, einfach, dass du es gehört hast, weil wir füllen diesen Fragebogen ja gerade für Freiberufler aus. Und Freiberufler können immer eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen. Das heißt, wenn du freiberuflich tätig bist, wähle hier einfach immer eine Einnahmenüberschussrechnung. Vielleicht hast du da schon mal was gehört, dass man irgendwann bilanzieren muss, also Betriebsvermögensvergleich. Das ist sowieso nur für Land- und Forstwirte und so weiter. Für dich als Freiberufler gibt es da keine Unterschiede. Du kannst als Freiberufler immer eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen, auch wenn du Millionen mit deiner Selbstständigkeit verdienst. Überhaupt gar kein Problem. Hier musst du auch nichts erläutern, weil du dieses § 5a Einkommensteuergesetz ja nicht auswählst. Dann kannst du auch angeben, ob du ein abweichendes Wirtschaftsjahr hast. Bitte hast du auf gar keinen Fall. Deswegen sagst du hier einfach nein. Abweichendes Wirtschaftsjahr ist, wenn dein Wirtschaftsjahr nicht vom 1. Januar bis zum 31. Dezember geht. Das ergibt für einige Geschäftsmodelle Sinn. Fußballvereine beispielsweise. Die Saison geht in der Regel vom 1.7. bis zum 30.06. Und deswegen ergibt es Sinn, dass sie ihre Buchhaltung auch immer vom 1.7. bis zum 30.06. machen. Du bist kein Fußballverein und mach dir bitte dein Leben nicht kompliziert. Sag hier einfach nein und mach deine Buchhaltung vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Fertig. Und dann gehen wir zum nächsten Punkt und zwar Punkt 16. Und das ist für dich nur relevant, wenn du im Baubereich tätig bist. Auch das möchte ich jetzt nicht aufmachen. Wenn du dazu Fragen hast, also dem ganzen Thema Bauabzugssteuer, dann hast du das hoffentlich gehört, wenn das für dich relevant ist. Und wenn du dazu Fragen hast, dann kannst du gerne einen Kommentar unter diesem Video schreiben und dann helfe ich dir gerne im Kommentarbereich weiter. Für die meisten Leute, die dieses Video sehen, ist das nicht relevant. Und deswegen gehen wir einfach direkt weiter. Und zwar zu dem Punkt Angaben zur Anmeldung und Abführung von Lohnsteuer. Und hier gibt es auch einen häufigen Irrtum. Du als Selbstständiger, du als Freiberufler, du zahlst keine Lohnsteuer für dich. Du ermittelst deinen Gewinn, das haben wir gerade ausgewählt, mit der Einnahmenüberschussrechnung. Und den Gewinn, den du da ermittelst, darauf zahlst du Einkommenssteuer. Und unter Umständen zahlst du quartalsweise Einkommenssteuervorauszahlung. Und das wird dann in deiner Einkommenssteuererklärung angerechnet. Du zahlst keine regelmäßige Lohnsteuer. Das bedeutet, dass du diesen Bereich 17 nur ausfüllen musst, wenn du für jemand anderes Lohnsteuer zahlen musst. Und wann musst du für jemand anderen Lohnsteuer zahlen? Naja, wenn du Angestellte hast, denen du einen Lohn oder ein Gehalt zahlst. Das heißt, diesen 17. Bereich, den füllst du aus, wenn du Arbeitnehmer hast. Das heißt, hier musst du einmal eintragen, wie viele Arbeitnehmer planst du? Was planst du genau an Gehältern zu zahlen? Gibt es Minijobber? Ab wann sind die angestellt? Und so weiter. Das sollte ehrlicherweise bei den meisten Gründungen, das heißt, die meisten Leute, die dieses Video schauen, jetzt nicht relevant sein. Hier an dieser Stelle nur, falls das Ganze relevant ist für dich, dann findest du unten in der Videobeschreibung noch weitere Videos zum ganzen Thema Arbeitgeber werden. Da gibt es nämlich noch ein paar mehr Dinge, die du beachten musst, außer einfach nur diesen 17. Teil im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung auszufüllen. Du brauchst zum Beispiel eine Anmeldung bei der Bundesagentur für Arbeit und so weiter. Wenn das Ganze für dich aber nicht relevant ist, dann gehen wir zum 18. Bereich. Und hier geht es um einen anderen Bereich, der wiederum auch für alle von euch relevant ist. Und zwar haben wir eben bei der Gewinn- und Einkommensschätzung ging es ja um die Einkommenssteuer. Du zahlst als Freiberufler aber nicht nur Einkommenssteuer, du zahlst, zumindest unter Umständen, auch Umsatzsteuer. Deswegen müssen wir diesen Bereich einmal etwas genauer anschauen. Die erste Frage, die du hier beantworten musst, da geht es wieder darum, ob du das ganze Unternehmen gekauft hast. Gehen wir mal davon aus, wir gründen hier gerade eine Freiberuflichkeit, denn lässt du das Ganze leer oder sagst dir halt einfach, nein, es wurde nicht ein ganzes Unternehmen gekauft. Dann musst du im nächsten Schritt dem Finanzamt mitteilen, ob du schon irgendwo umsatzsteuerlich gemeldet bist. Ich weiß, du hast das Gefühl schon dreimal ausgefüllt. Ich habe aber vorhin ja schon mal erwähnt, dass es unter Umständen einen Unterschied gibt zwischen dem Wohnsitzfinanzamt und dem Betriebssitzfinanzamt. Und du hast das Ganze bisher für die Einkommenssteuer ausgefüllt, nicht aber für die Umsatzsteuer. Warum das so auseinanderfällt im Fragebogen, fragt die Entwickler und Designer von Elster Online. Das ist wirklich nicht übersichtlich. Da bin ich hundertprozentig bei dir. Wenn du allerdings irgendwo umsatzsteuerlich schon gemeldet bist, dann trägst du hier auch das Ganze einmal ein. Ja, es gibt quasi schon mal eine Registrierung von mir bei einem anderen Finanzamt und so weiter, damit die Finanzämter halt untereinander miteinander reden können. Und das solltest du dann auch bitte tun. Ich kriege das immer mal mit, dass das dann nicht angegeben wird, obwohl man denn doch irgendwo schon mal selbstständig war oder ist. Und das führt immer zu Chaos. Das führt teilweise zu unfassbaren, ja, Verzögerungen einfach, dass dieser Fragebogen vernünftig bearbeitet wird. Und ehrlicherweise, du möchtest keine vier, fünf Monate auf deine Steuernummer warten, weil erst dann kannst du Rechnungen schreiben und erst dann, ja, kannst du Geld verdienen. Von daher mach hier unbedingt, ja, echte Angaben. Du kannst hier nichts verschweigen. Ich meine, die Finanzämter, die kommunizieren schon miteinander und wenn du hier den Leuten quasi hilfst, mit wem sie sprechen können und müssen, dann geht das Ganze einfach ein bisschen schneller. Hier, der nächste Bereich, Zeile 130, der ist wiederum sehr relevant. Wir haben vorhin ja an der Stelle, wo es um die Vorauszahlung für die Einkommenssteuer ging, ja schon dein Einkommen, sprich dein Gewinn eingetragen. Wir gucken uns das noch einmal an und zwar hier Einkommenssteuer, Gewerbesteuer. Diese Tabelle, da hast du aus selbstständiger Tätigkeit ja schon deinen Gewinn eingetragen. Bei der Umsatzsteuer geht es um den Umsatz. Das heißt, wenn du beispielsweise davon ausgehst, dass du 50.000 Euro Umsatz im Gründungsjahr machst und davon sind dann 20.000 Euro Gewinn, dann trägst du hier in dieser Tabelle 20.000 Euro ein. Dann gehst du aber, wenn es um die Umsatzsteuer geht, hier einmal hin und hier wirst du gefragt nach Summe der Umsätze. Das heißt, dann schreibst du hier 50.000 Euro rein, weil du planst ja, zumindest in meinem Beispiel, mit 50.000 Euro Umsatz und 20.000 Euro Gewinn. Das heißt, hier schreibst du dann deinen geplanten Umsatz für das Gründungsjahr. Und dann schreibst du hier noch einmal den zu erwarteten Umsatz für das Folgejahr. Das Ganze muss natürlich auch ungefähr mit dem zu erwartenden Gewinn im Folgejahr passen. Deswegen idealerweise hast du ja keinen großen Businessplan vielleicht, aber zumindest eine grobe Kalkulation, was du an Umsatz und was du an Gewinn erwartest. Dann hast du die Möglichkeit, die Kleinunternehmerregelung zu wählen. Über die Kleinunternehmerregelung könnte ich jetzt eine Stunde referieren. Möchte ich nicht machen, auch dazu findest du vertiefende Videos unten in der Videobeschreibung. Wichtig ist für dich, du kannst auf das ganze Thema Umsatzsteuer verzichten, wenn du unter 22.000 Euro Umsatz im Jahr machst. Wichtig, hier geht es um Umsatz, hier geht es nicht um Gewinn. Es geht auch um die Umsatzsteuer. Das heißt, du hast dann mit der Umsatzsteuer nichts zu tun. Das heißt, du schreibst keine Umsatzsteuer auf deine Rechnungen, du machst keine Umsatzsteuer-Vormeldung und du musst auch keine Umsatzsteuer-Erklärungen abgeben. Wenn du die Kleinunternehmerregelung wählst, du kannst sie nur wählen, wenn du unter 22.000 Euro Umsatz machst. Und sobald du einmal über 22.000 Euro Umsatz liegst, bist du dann im nächsten Kalenderjahr ab dem 1. Januar kein Kleinunternehmer mehr und dann weißt du halt Umsatzsteuer aus, machst Umsatzsteuer-Vormeldung und eine Umsatzsteuer-Jahreserklärung. Das Ganze macht dir dein Leben also ein wenig einfacher. Du hast einfach weniger Arbeit, wenn du die Kleinunternehmerregelung wählst. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, sie ist nicht verpflichtend und sie ist finanziell in ganz vielen Fällen auch nicht die bessere Wahl. Weil du bei Ausgaben, die du tätigst, im Rahmen deiner Selbstständigkeit, ja Kosten hast und in diesen Kosten, die du hast, ist ja auch immer Umsatzsteuer enthalten. Umsatzsteuer für diejenigen, die das nicht wissen, wird umgangssprachlich Mehrwertsteuer genannt. Das heißt, überall, wo Mehrwertsteuer draufsteht. Diese Umsatzsteuer bzw. Mehrwertsteuer kannst du dir tatsächlich vom Finanzamt wiederholen. Und gerade in den Gründungsmonaten und Jahren ist es ja relativ häufig so, dass man erstmal investiert. Man hat irgendwelche Verträge, die man abschließt. Man kauft Software, man kauft ein Smartphone, man hat mehr Reisekosten und so weiter. Bei all diesen Kosten ist Umsatzsteuer enthalten und diese Steuern kannst du dir zurückholen. Aber nur, wenn du normal Regelbesteuerung wählst. Sobald du die Kleinunternehmerregelung wählst, kannst du dir diese Umsatzsteuer nicht wiederholen. Das heißt, du solltest dir wirklich Gedanken machen, ob das Ganze für dich eine finanziell auch sinnvolle Entscheidung ist. Es ist definitiv eine Bürokratieerleichterung. Und an dieser Stelle auch noch ein wichtiger Hinweis, wenn du mit deiner Selbstständigkeit Unternehmenskunden hast als Kunden, dann interessiert dir das gar nicht, ob du Umsatzsteuer auf deine Rechnung schreibst oder nicht, weil die ja wiederum die Umsatzsteuer, die du ihnen in Rechnung stellst, sich zurückholen können. Und von daher gibt es da auch nicht wirklich einen Preisvorteil. Wenn du aber sagst, nee, meine Selbstständigkeit ist mehr so ein nebenberufliches Ding und ich freue mich über jede Minute, die ich an Zeit spare, dann ist unter Umständen die Kleinunternehmerregelung, ja, das Richtige für dich. Wichtig dann ist allerdings, im Gründungsjahr musst du quasi die 22.000 Euro runterrechnen. Wenn du zum Beispiel am 1.7., also 1. Juli 2024 gründest, dann ist ja die erste Hälfte des Jahres vorbei. Dann darfst du im Jahr 2024 keine 22.000 Euro Umsatz mehr machen, weil du nur noch das halbe Jahr hast, darfst du dann nur noch 11.000 Euro Umsatz machen. Und wenn du dann drüber bist, ja, dann bist du ab dem nächsten Jahr dann kein Kleinunternehmer mehr. Das ist das ganze Thema Kleinunternehmerregelung. Und hier an dieser Stelle kannst du sagen, ja, du wählst die Kleinunternehmerregelung oder du sagst, nein, ich verzichte auf die Kleinunternehmerregelung. Diese Optionen haben wir in meinem Beispiel gar nicht, weil ich gesagt habe, ich erwarte 50.000 Euro Umsatz. Deswegen kommt diese Kleinunternehmerregelung für mich sowieso gar nicht in Frage. Im nächsten Schritt musst du die Umsatzsteuer für das gesamte Jahr schätzen. Und das ist gar nicht so einfach, ehrlicherweise, aber kleiner Hinweis an der Stelle, wenn du hier oben sagst, du bist Kleinunternehmer, dann ist das ganz einfach, weil wenn du Kleinunternehmer bist, dann zahlst du ja keine Umsatzsteuer, dann schreibst du hier einfach eine Null rein und dann ist das ganze Ding erledigt. Wir gehen jetzt ja in meinem Beispiel davon aus, dass ich im ersten Jahr 50.000 Euro Umsatz mache, aber nur 20.000 Euro Gewinn. Und natürlich muss ich, wenn ich Rechnungen schreibe, auf die 50.000 Euro noch Umsatzsteuer aufschlagen. Mal 19%, das heißt 50.000 mal 19% sind 9.500 Euro Umsatzsteuer. Es wäre jetzt aber natürlich falsch, wenn ich hier 9.500 Euro eintrage, weil ich ja die Umsatzsteuer, die ich auf meinen Rechnungen, die ich bekomme, auch wieder gegenrechnen kann. Deswegen würde ich dir empfehlen, dass du hier die Gewinnerwartung nimmst. In meinem Beispiel waren das ja 20.000 Euro und einfach die Umsatzsteuer von dem Gewinn nimmst. Also 20.000 Euro mal 19% sind 3.800 Euro. Das ist das, was ich erwarte in dem gesamten Jahr an Umsatzsteuer zu zahlen. Das heißt, ich zahle Umsatzsteuer, ich bekomme nicht was zurück. Wenn ich einen Verlust erwarte, dann ist es ja sogar so, dass ich erwarte, dass ich unterm Strich sogar Steuern vom Finanzamt zurückbekomme. Das heißt, hier sage ich einmal, Zahllast erwarte ich, trage hier 3.800 Euro ein. Wichtiger Hinweis übrigens, als Gründer musst du deine Umsatzsteuer-Voranmeldung jedes Quartal machen. Das heißt, Umsatzsteuer-Voranmeldung immer für das erste Quartal, zweites Quartal, drittes Quartal und viertes Quartal, hast du immer 10 Tage Zeit. Also 10. April, 10. Juli und so weiter. Wenn du sagst, nee, du willst das gerne schneller machen, das ergibt zum Beispiel dann Sinn, wenn du ganz am Anfang ein riesengroßes Investment hast. Also wenn du, ganz simples Beispiel, Taxifahrer werden möchtest und dann kaufst du dir am Anfang erstmal ein Auto für 80.000 Euro, dann sind in diesen 80.000 Euro ja auch 19% Umsatzsteuer drin und diese Umsatzsteuer, die möchtest du natürlich so schnell wie möglich wiederhaben. Dann kannst du hier zum Beispiel einen Haken setzen und dann musst du nicht quartalsweise deine Umsatzsteuer-Voranmeldung machen, sondern monatlich. Das bedeutet dann aber auch, dass du die Vorsteuerbeträge ein bisschen zügiger bekommst. Du musst halt einfach häufiger eine Umsatzsteuer-Voranmeldung machen, aber dann kannst du hier den Haken setzen, wenn du das denn möchtest. In den nächsten Feldern geht es so ein bisschen um Erleichterung. Das heißt, wenn deine Leistungen unter Umständen umsatzsteuerfrei sind. Bitte informier dich da, ich kann jetzt nicht in diesem Video alle möglichen potenziellen Umsatzsteuerbefreiungen aufzählen. Die stehen alle in §4 Umsatzsteuergesetz. Das heißt, du kannst auch einfach mal §4 Umsatzsteuergesetz googeln und dann da durchscrollen und vielleicht findest du ja deine Leistung. So als Beispiel, was könnte zum Beispiel frei sein, sind zum Beispiel Leistungen von Ärzten oder auch tatsächlich dauerhafte Vermietung von Wohnraum, also Vermietertätigkeiten. Die Vermittlung von Krediten, aber auch von Versicherungen sind auch umsatzsteuerbefreiheit. Einige Dozententätigkeiten sind umsatzsteuerbefreiheit und so weiter. Das heißt, informiere dich da einmal und wenn du in deinen Umsätzen umsatzsteuerfreie Umsätze hast, dann sagst du hier ja und schreibst dann jeweils die Nummer aus §4 rein, damit das Finanzamt weiß, dass diese Berechnung trotzdem noch plausibel ist, weil du halt Umsätze machst, die umsatzsteuerfrei sind. Genau das Gleiche übrigens für Leistungen, die dem ermäßigten Steuersatz unterliegen. 19% ist ja der Standard-Umsatzsteuersatz. Es gibt aber auch die 7% Umsatzsteuer und unter Umständen haben deine Leistungen ja 7% Umsatzsteuer. Das heißt, dann trägst du das Ganze hier ein. Dann gibt es noch so eine Durchschnittsbesteuerung. Da geht es um Land- und Forstwirtschaft und so weiter. Das möchte ich hier an dieser Stelle überspringen, weil Land- und Forstwirtschaft, ich möchte jetzt gerade vor allen Dingen Freiberufler betrachten. Das heißt, das Ganze möchte ich einmal überspringen. Dann gibt es zwei Versteuerungsmethoden und zwar einmal die Soll- und die Ist-Versteuerung. Auch das Thema müssen wir gar nicht aufmachen. Die Ist-Versteuerung ist immer besser und du als Freiberufler kannst unabhängig von deinem Gewinn und deinem Umsatz auch immer die Ist-Versteuerung wählen und von daher nimmst du hier auf jeden Fall einfach die Ist-Versteuerung. Wenn dich das interessiert, was das Ganze ist, findest du ein vertiefendes Video unten in der Videobeschreibung. Aber für dich als Freiberufler ist das eigentlich jetzt an der Stelle zumindest nicht relevant. Du kannst einfach die Ist-Versteuerung wählen. Allerdings musst du an der Stelle angeben, warum du die Ist-Versteuerung wählen darfst. Und da nimmst du hier einmal das dritte Feld, also 153. Hier steht nämlich, ich beantrage die Ist-Versteuerung, weil ich Umsätze ausführe, die ich als Angehöriger eines freien Berufes im Sinne des §18 Einkommensteuergesetz weder buchfungspflichtig bin noch freiwillig Bücher führe. Das trifft auf dich zu. Du hast eine freiberufliche Tätigkeit und damit hast du auch die Erklärung. Im nächsten Part geht es um die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist etwas anderes als deine persönliche Steuer-Identifikationsnummer und etwas anderes als die normale Steuernummer. Auch das führt sehr weit. Du findest das vertiefendes Video unten in der Videobeschreibung. Ich würde dir hier dringend empfehlen, beantrage bitte eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Du brauchst diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummer immer dann, wenn du Geschäfte machst mit Unternehmen, die im EU-Ausland ihren Sitz haben. Und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass du das machen wirst. Selbst wenn du keine Kunden hast, wirst du Kunde sein bei Unternehmen, die ihren Sitz im EU-Ausland haben. Weil du einfach Softwarelösungen benutzen wirst. Du wirst auf irgendwelchen Social-Media-Netzwerken unter Umständen Werbung schalten und so weiter. Die großen Tech-Unternehmen dieser Welt haben ihren Europasitz allesamt in den allermeisten Fällen, zumindest nicht in Deutschland, sondern in Irland, in Luxemburg und so weiter. Und sobald du Kunde wirst bei einem dieser Unternehmen, brauchst du deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und du kannst sie ganz simpel beantragen, indem du hier einfach den Haken setzt und dann bekommst du die zugeschickt. Das heißt, dann bekommst du neben dem Brief vom Finanzamt mit deiner normalen Steuernummer auch noch einen Brief vom Bundeszentralamt für Steuern mit deiner Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist so eine Nummer, die mit DE, also im Länderkürzel anfängt und deine Nummer danach. Und diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummer musst du zum Beispiel auch in dein Impressum von deiner Webseite schreiben und du kannst sie auf deine Rechnung schreiben. Musst du nicht, also du kannst die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder deine normale Steuernummer draufschreiben. Eins von beiden, kannst auch beides draufschreiben. Aber diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummer solltest du an dieser Stelle auf jeden Fall beantragen. Kostet nichts, verpflichtet dich auch erstmal zu nichts, aber es ist ärgerlich, wenn du sie dann brauchst und sie nicht hast. Im nächsten Schritt geht es um Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers. Ein super kompliziertes Konstrukt, aber ganz speziell im Bau- oder Gebäudereinigungsleistung. Das bist du beides ziemlich sicher, zumindest als Freiberufler nicht. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Ich gehe davon aus, dass du das denn weißt, wenn das auf dich zutrifft. Und wenn nicht, dann schreib gerne einen Kommentar in diesem Bereich, wenn du irgendwo im Bau- und Gebäudereinigungsbereich bist. Dann schreib gerne einen Kommentar. An dieser Stelle würde ich das Ganze aber gerne überspringen. Was ich auch überspringen möchte, ist der ganze Bereich der umsatzsteuerlichen Organschaft. Weil wenn du ganz normal deine Freiberuflichkeit anmeldest, dann hast du mit umsatzsteuerlichen Organschaften nichts weiter zu tun. Und dann müssen wir das ganze Thema hier an dieser Stelle auch nicht aufmachen. Was aber unter Umständen irgendwann mal vielleicht für dich relevant wird, nicht heute, wenn du dich als Freiberufler selbstständig machst, ist das One-Stop-Shop-Prinzip. Aber auch dazu habe ich ein separates Video aufgenommen. Das verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Das sollte für dich als Freiberufler, zumindest solange du freiberuflich bleibst, auch nicht relevant sein. Aber so Geschäftsmodelle und Selbstständigkeiten entwickeln sich ja weiter. Deswegen, hier an dieser Stelle ist es wahrscheinlich erstmal nicht relevant für dich. Deswegen möchte ich darauf nicht eingehen. Ich möchte aber unbedingt dringend darauf verweisen, dass es ein vertiefendes Video unten in der Videobeschreibung dazu gibt. Wir an dieser Stelle überspringen das Ganze aber. Dann geht es im 21. Bereich um Umsätze im Bereich des Handels mit Waren über das Internet. Auch das ist per Definition schon mal keine freiberufliche Tätigkeit. Und da es in diesem Video um freiberufliche Tätigkeiten geht, werden wir das Ganze auch einfach direkt einmal überspringen. Und damit kommen wir auch endlich zum letzten Schritt. Und zwar zu einer Liste von Unterlagen, von Dokumenten, die du jetzt zusätzlich zu diesem Fragebogen an das Finanzamt schicken darfst. Zum Beispiel die Empfangsvollmacht für den Steuerberater. Zum Beispiel die Lastschriftvereinbarung, dass das Finanzamt die Steuerbeträge, Umsatzsteuer, Einkommenssteuer und so weiter einfach von deinem Konto abbuchen darf. Die Vollmacht der steuerlichen Beratung und so weiter. Das heißt, wenn du da irgendwas hast von diesen Dingen, dann setzt du hier einfach den Haken. Gehst auf nächste Seite, hast die Möglichkeit, diese Unterlagen hochzuladen und damit bist du tatsächlich auch komplett durch und hast den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausgefüllt. Du hast im nächsten Schritt jetzt noch einmal die Möglichkeit, alle deine Angaben zu prüfen, unter Umständen zu korrigieren und dann mit nur einem Klick das Ganze an das Finanzamt zu übermitteln. Und dann fängt das Finanzamt an, diesen Fragebogen zu bearbeiten und du bekommst als Antwort einen Brief, so in zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen. Ich habe tatsächlich auch schon gehört, dass das Ganze unter Umständen bis zu zwei bis drei Monate dauert. Du bekommst einen Brief und in diesem Brief steht deine Steuernummer. Und diese Steuernummer schreibst du dann auf deine Rechnungen. Diese Steuernummer musst du angeben, wenn du die Steuererklärungen machst. Diese Steuernummer gibst du an für deine Umsatzsteuervoranmeldung. Und immer, wenn du mit dem Finanzamt zu tun hast, ist quasi ja diese Steuernummer die entscheidende Nummer, nach der das Finanzamt dich als erstes fragen wird. Jetzt hast du unter Umständen ja ein Problem, dass du gerne Geld verdienen möchtest oder musst und du hast noch keine Steuernummer. Das Problem ist, du kannst keine ordnungsgemäße Rechnung schreiben, wenn du keine Steuernummer hast. Sprich da einfach mal mit deinen Kunden, ob die fein sind, wenn du Rechnungen ausstellst und noch keine Steuernummer drauf schreibst, sondern einfach sowas schreibst wie Steuernummer folgt, dann musst du diese Rechnungen, die du jetzt schreibst, bis du diese Steuernummer bekommst, zwar korrigieren, sobald du die Steuernummer hast, aber du bist irgendwie in der Lage, schon mal eine Rechnung zu schreiben und Geld zu empfangen, weil ich vermute, du musst irgendwie deine Miete und deinen Wochenendeinkauf bezahlen. Und von daher weiß ich aus der Praxis, dass es ein häufiges Problem ist. Und meiner Erfahrung nach lassen Kunden auch sehr mit sich sprechen, wenn es jetzt keine Großkonzerne sind, die 26.000 Regelungen, interne Compliance-Regeln einhalten müssen. Dann kann man in der Regel mit seinen Kunden darüber sprechen, weil auch deine Kunden kennen diese ganze Problematik auch. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen. Wenn du dazu noch Fragen hast, was ich mir gut vorstellen kann, es waren viele Informationen, dann schreib mir doch einen Kommentar unter diesem Video. Schau unbedingt die weiteren Videos in der Videobeschreibung an und abonniere diesen Kanal. Wir veröffentlichen regelmäßig neue Videos rund um die Themen Steuern, Buchhaltung und Finanzen für Freiberufler und Selbstständige. Das heißt, wenn du jetzt selbstständig wirst und bist, dann lohnt sich ein Abo auf jeden Fall. Und wenn du auf der Suche bist nach irgendwelchen Softwarelösungen, Buchhaltungsprogrammen, Bankkonto, Steuerberater usw., check unbedingt auch die Videobeschreibung aus. Da habe ich eine ganze Reihe an Empfehlungen, mit denen ich auch tatsächlich selber arbeite, verlinkt. Ich verlinke dir das Ganze aber auch noch einmal hier und du könntest dir jetzt auch einfach direkt eines der weiteren Videos anschauen. Wir haben wirklich hunderte Videos schon vorproduziert. Schau sie dir unbedingt einmal an, dieses oder dieses.